Jacht Jacht spielen wir, glaube ich, schon zum dritten Mal dieser Operation. Ist schon längst aufgeschrieben. Mal gucken, welche Karten die anderen sind, werden wir vielleicht am heutigen Abend erfahren. Aber erst einmal hallo, oder seid's? Und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hast du wieder deine ganzen Kali-Runden hier auf Jacht vergessen, hm? Wenn du so nach Jacht fragst. Du hast ja auch die... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vier Karten sind es noch, die kommen können. Und Festung. Und Bartlett. Mal gucken, ob Herifold wieder dabei ist. Nee. Konsulat hatten wir auch noch nicht. Das wäre aber kacke, wenn die Karte raus wäre. Turm war noch nicht dabei. Flugzeit. Oh ja, die Kali-Karte. Die Kali-Gläs-Karte. Autsch. Das ist so böse. Die Karte muss jetzt lokalisiert werden. Außer man ist im Keller als Verteidiger. Brauche ich sich an... Äh, Casino, Casino. Versorgung. Casino. Casino? Ah, links war jemand. Scheiße. Okay. Ella. Da haben wir aber schon. Ella und Mai haben wir schon. Also gab es schon noch zwei. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters. Smoke haben sie noch. Eine Gaskanase zerstört, die andere hat er jetzt rausgehoben. Oh, ein Nicht-Fragezeichen. Achso, es war Ella, die raus ist. Ich gucke dann hinter und Treppe hoch. Ich glaube, ich gehe auf der Kappe sozusagen. Mach mal tot. Jetzt wird schon ein Piep. Ein Vögelein. Ich gucke nach Gang und Treppe. Oben wird jemand verletzt. Grabschroh gab es gleich. Die gab es gerade. Achtung. Eine größere Herausforderung als der letzte Clown. Als der letzte Clown. Nur noch ein Gegner übrig. Das hier deckt die Arbeiter. Ja, er hat mich geschossen, die Asche. Ich habe hinten abgedeckt. Da kam Jäger rausgesprungen. Ich fahre mit der Drohne mal vor. Hier fährt eine Titschdrohne rum. Holz geht auf. Der muss nur im Raum sein. Oder in der Nähe in der Luke vielleicht. Hast du schon Hockey? Okay. Beide Luke zu im Raum. Keiner im Raum. Keiner im Raum. Keiner im Raum. Ich gucke mal, Küche. Küchengang ist auch niemand. Anderthalb Minuten noch. Küche runter fahre ich jetzt nicht. Wo ist der denn? Der ist irgendwo vielleicht bei uns. Vorsicht, Serafina. Twitch ist verletzt. Treppe zur Küche. Ah, Krabbschrau ist es. Oh, nö. Die ist rechts. Rechts die Treppe, rechts die Treppe. Ja, die in die Küche führt. Dann kommt die hier gleich, gleich durch. Nein, ich kann nicht. Ist die Kamera hier schon kaputt? Ja, habe ich schon. Das bringt gar nicht so viel Serafina, weil die sehen was denn. Weh, die kommt jetzt an. Ah, sie rennt über uns, Serafina. Über uns Treppe, bitte gucken. So, ich bin drin. Ah, Krabbsch. Warum Krabbsch die nicht? Sie liegt drin. Ich will auch meine Kamera gucken. Unerfolgreich. Sie hat es echt noch geschafft, sich reinzuwerfen. Warum sind wir jetzt eigentlich zu viert? Wir haben doch gewonnen. Wer war denn da wieder so ungeduldig? Das ist schon Anfang der ersten Runde, da ist einer rausgegangen. Ich meine, es ist gerecht außer, jetzt kommt bloß einer rein. Waschrot flinkenden Geräte, Meister, gibt's auch immer einen. Und 500 Dornen musst du noch fangen. Ich habe noch gar keine. Ich ohne ihn. Wir haben ja bisher bloß einmal Verteidiger gespielt. Das war Freizeitpark. Am Ende. Wird ja nicht mehr gewechselt nach jedem Schwung. Was ich total zum Kotzen finde. Da oben. Rüsselhans. Rüsselhans wurde lokalisiert. Rüsselhans wurde lokalisiert. Rüsselhans wurde lokalisiert. Äh, Krabbschrau wieder. Krabbschrau wieder. Krabbschrau. Hm, kennt man schon. Da gab's die Krabbschrau. Oh, wird doch markiert. Och Mann. Ja, ich konnte es auch nicht, ey. Zehn Sekunden. Ah, doch, jetzt ist sie identifiziert. Einsatz in fünf Sekunden. Ein Fragezeichen noch. Wurde schon gesagt, wer das ist? Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Eine Reihenfeuerwaffe, das kann aber auch Kärchenmann sein. Ne, Mute müsste es sein, weil irgendwo stand ein Störsender. Was noch? Und es sah so aus. Oh, geht was auf? Nicht, dass hier oben schon jemand lauert. Ne, Fenster noch fast zu. Mittlere Tür ist leicht angekratzt oben. War das jetzt... War da jemand oder war das... Ne, das ist kein Bildschirm da hinten. Mist, da war jemand auf der Treppe. Da ist schon wieder jemand auf der Treppe. Zwei auf der Treppe. Einer vor uns, Serafina im gelben Ping. Kärchenmann habe ich. Bist du mit oben, Serafina? Ist überhaupt jemand bei mir? Ne, ich bin hier unten. Hier unten gang das Fenster auf. Okay. Nicht Glaubschrauben. Und kämpft. Wie worden ist das? Oh, ich hab das nicht mitgekriegt, dass er drin ist. Scheiße. Hinten einem Cockpit ist er bei der Leiter. Zuletzt zumindest. Ich hab das nicht mitgekriegt, dass er umkämpft ist. Ja, okay. Ich hab's auch noch angesagt. Ja, das... Da hab ich's ja erst mitgekriegt. Achso. Mit Sicherung des Behälters von... ... der Bedrohung neutralisiert ist. Eigener Druck getötet. Deswegen hab ich's ja erst mitgekriegt, als du uns gesagt hast. Du stehst schon seit... ... anderthalb Minuten drin. Wann geht's denn mal zu Ende? Ne, ich hab... ... nicht drauf geachtet, wie weit wir da sind. Auch Cockpit. Weil wir zu zweit drin waren halt. Hab ich nicht mitgekriegt, dass der andere gestorben ist. 4 gegen 4 und 1 zu 1. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. ... 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 Haben wir schon Wände gemacht, ja. Die haben, glaube ich, Ibana oder Sophia. Zumindest war das eine sehr ähnlich klingende Waffe. So, ich habe einen mobilen Schild in der Hand. Nicht genügend Platz, sehr doof. Oh. Leiter, Leiter ist auch geklettert. Er ist tot. Blend kamen wir rein. Noch mehr Blend kamen. Leiter ist auch gekommen, Leiter. Angeschossen, verletzt, tot. Nein. Was machst du denn? Ist da jemand bei dir? Ne Granate. Ah, noch ne Granate. Ich höre links. Ah, links ist gut. Nur noch ein Gegner übrig. Sie hat ihre Versuche, die Leiter zu sichern, eingestellt. Sie hat Blut geleckt. Dass er mich nicht geklickt hat, weil er mit der Schriftflinte auf nächste Nähe geschossen hat. Ja, der Fenster hat nicht in deine Richtung geschossen. Das Fenster war ja direkt hinter mir. Ne, du bist ein bisschen weiter links und er hat halt von deiner Position rechts rüber geschossen. Wo soll man jetzt? Was denn? A Clark? Das ist doch neu. U-Boot-Raum hieß das doch bisher. Nur. Das heißt doch U-Boot-Raum. Aber A Clark steht davor. Ich glaube, das A Clark stand noch nie davor. Aber das... U-Boot-Raum, ja. Aber ich dachte jetzt, hä, wo ist denn bitte A Clark? Was ist das überhaupt? Das ist bestimmt ein U-Boot, das heißt. Muss ich mal gucken. Mach die Gucken zu, die beiden. Na, sag ich doch. Das U-Boot heißt A Clark. Also, ab sofort nicht nur U-Boot-Raum, sondern... Ah, Clark. Clark kennt mich. Jim Clark? Ah, ne, hier will ich nicht runter springen. Ist da nicht mehr viele Wände da, ist schon zu. Da machen wir hier auch noch zu. Ah, ist die Tür offen. Ah, ne, ich habe ja gar keine mehr, ich habe ja schon die verstärkt. Lass dich. Drohne fährt in den Keller. Drohne, der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Kommt mal rein. Schild wird eingesetzt. Nein, 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 nein. Geh, 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 geh. Oh. Er ist verletzt, kalt. War keiner. Ne, fast tot. Im Gang sind schon zwei Minen hochgegangen. Im Gang. Oh, da ist noch eine Perücke. Oh, mein Gott. Ja, geht. Ist noch am Kämpf. Ich geh schon weg. Scheiße, es liegt da unten noch. Oh, Mann. Warum rennen Sie starten? Eigner Druck neutralisiert. Du stürmst doch hinter mir. Warum müsst ihr denn alle auf dem einen Fleck da hocken? Du kannst doch weggehen. Ich war... Ich wusste ja gar nicht, dass du hinter mir stehst. Wenn du im Rücken stehst, dann kann ich es ja nicht wissen. Am Ende waren es noch drei Gegner. Na, die freuen sich jetzt. Aber die bekommen nicht das ganze Ansehen von den beiden Rausrändern. Sondern, nee, es wird nicht aufgeteilt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.